Frau Fereida, jetzt sind Sie wieder da in der Praxis und die Haut ist noch schöner geworden. Und jetzt haben Sie erzählt, Sie sind so fit geworden. Ja, bei der Hochzeit von unserem Enkel, der war am Samstag, habe ich wirklich mit jungen Männern getanzt, dass mir das Schweiß runtergekommen ist, bis vier Ränder vor. War Wahnsinn. Früher habe ich das eigentlich nicht können. Das ist jetzt durch diesen Cocktail. Und das ist alles ein bisschen Bio-Citrone und Leinöl. Fantastisch. Unglaublich. Und jetzt Karotten tue ich auch. Und was ich halt so ein wenig habe, zwölfmal im Schnittlauch, dass ein wenig so Kräuter sind. Und da war ja heiß. Und ja, ein bisschen Wasser, Leinöl und dann ist es schon fertig. Und meiner Mama habe ich das erzählt. Und die hat mir dann zurückgeschrieben, eine E-Mail hat sie mir geschrieben. Und hat gesagt, sie steht fest, sie muss überhaupt nicht mehr schmieren, ihr ganze Haut ist so schön geworden. Ja, früher hat sie jeden Tag schmieren müssen. Ich wollte das aneinander und nachher auch das Gesicht nicht reinschmieren müssen. Na, unglaublich. Das ist ja unwahrscheinlich. Okay.